Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Farm. Ich bin heute nicht alleine, mit mir spielt heute der liebe Andy. Juhu. Und auch dabei ist der nette Shamsuro. Servus. Und natürlich der Monkey D. Rale. Hallo. Woop woop, genau. Bergy, du hattest gestern Geburtstag. Ja, ich hatte Geburtstag. Ja, ich habe sie auf ein Geschenk hier hingestellt. Cool. Wir kommen lesen. Moment, alle kommen lesen. Für den besten Zwergen, dein Geschenk zum Geburtstag. Yeah, tausend Dank. Und ich gucke rein. Bam. Ich bin beeindruckt. I'm fucking impressed. Krasser Scheiß. Geburtstagsgeschenk sogar steht da dran. Ich wette wahnsinnig. Der Geburtstagshammer, oder? Mit Auto Repair 2 Reinforced und Haste. Das hat immer mehr. Tausend Dank. Danke, 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 danke. Bitte, 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 bitte. Super. Was macht ihr heute? IGN Eterfortress suchen. Ich wollte euch eigentlich allen mal meinen Weg zeigen. Ja, ich kann mal gucken. Den habe ich ja schon. Gsegen. Ich auch. Gesegen heißt übrigens gesehen. Gsegen. Das heißt aber nicht Gesegen, sondern Gsegen. Gsegen. Da ist kein E dazwischen. Gsegen. Boah, fetter Scheiß, Annie. Der schaut voller Hammer aus. Fetter. Was ist das? Ist das alles Microblocks? Das ist alles Microblocks. Leck Fettmarie. Das sieht nett aus. So, aber ich muss gleich NETA starten, sonst finden die kein NETA Fortress. Das sieht die Folge wieder aus. Sehr schick. Ja, sonst sieht die Folge schon wieder aus. Das ist... Warte, soll ich mitkommen wegen NETA Wahrzeug? Bringst du mir die mit? Den bring ich da mit. Ja, geil. Ich muss nicht mehr NETA. Ich habe immer so Angst, dass ich sterbe. Also neben... Äh... Port... Und dann kann ich gleich... Was? Wenn du es los tun findest, kannst du auch gerne mitnehmen. Ja, ich habe bloß schon eine letzte Folge geholt. Kannst du alles haben. Ähm... Mein Danke, du warst gerade auf dem Balkon raus. Mit zwei Möglichkeiten. Danke, du warst immer warum ich die DIN ins NETA Fortress suche. Ich habe ja schon brav Videos geschaut, aber jetzt einmal. Äh, was? Egal. Wow. Du suchst den... Plug Spawner. Ja ich suche Tan meillä. Ich schaue Planner. Jetzt schauen. Da istTech. Das brauchen wir nicht. Erstmal habe ich erstmal die anderen Sachen fertig, bevor ich... Schachment... SchPH всем barавten zu tun. Schestarham, Zitelche! Joe. Wiss das denn R 강isji? Was ist das dann? Sind wir jetzt beim catching? Vorhin habe ich ein Gesch... Genau. In der linken Ecke... All Kuchen. and did tell you. So, okay. Schчно. So hoch, hier liegt was für dich. Yeah, Glowstone. Was magst du für Lampen haben dafür? Verhalte die erstmal. So, schauen wir, kann man da oben vielleicht. Aktuell brauche ich keine Lampen, ich habe alles mit Glowstone Microblocks ausgeleuchtet gerade. Perfekt. Und habe auch gesagt, dass du Glowstone Microblocks in dein Lampenfachgeschäft auch nehmen solltest. Okay, werde ich machen. In allen Varianten. In allen Varianten, okay. Sweet Potatoes, Onions. Heute wird nochmal krass gezüchtet. Heute ist da Jamie´s Werk wieder am Werk. Oh, nee leider nicht. Kochen mache ich in der nächsten Folge. Heute ist nochmal richtig Aua züchten angesagt hier. Damit dann fertig wärst? Fertig werde ich glaube ich nie. Aber das ist nicht schlimm. Ich wollte schon mal hier Leute rekrutieren. Ich würde gerne im nächsten Stream, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen finden. Ich brauche Fett. Ich brauche Pfeffer. Du wisst ihr er ist einfach zu faul das selber zu suchen. Nee, ich bin nicht zu faul. Ah ja, okay, ich bin zu faul. Ich hätte schon wieder geschaut, ey. Sehr glücklich. Ja, hoffe ich, ey. Da ist ein Gäst. Komm her, komm her, komm her. Kann man auch hier abgürsen. Und der ist jetzt da. So, jetzt gehe ich nochmal schnell hier, renne ich nochmal um mein Feld. Und gucke ob hier jetzt nicht irgendwo schon Unkraut ist. Ah, erwischt. Wie läuft das jetzt hier ab mit der Baumwollfarm-Pflanze bei mir? Ja, ähm. Der verdammte Gerst. Ist das immer noch einen nur? Da stehen jetzt drei. Perfekt. Pass auf, ich komme jetzt gleich vorbei. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Okay, was mir dann noch nicht hinstellen. Aber nicht schlimm. Das wird mir verschwunden, mit dem Gerst. Also, das ist schon was kaputt. Das Server lag gerade so viel, dass man die Gerstkugeln nicht hinterschlagen kann. Der Server lag gar nicht. Das ist auch nicht. Nein, im NDR. Das ist gerade so viel Verzögerung. Unidentifiziert habe ich hier den Samen. Ja, das ist egal. Das ist eigentlich der ZZTZ. Den kannst du einfach wieder pflanzen, wenn den... Ja. Ich bin hier aufhören. So, jetzt mal, was die Zielgerät war. Das ist jetzt ein Zehner. Hast mir nicht geglaubt wieder. Okay, na, das war's jetzt falsche. Karotten kann ja keiner mehr essen. Yeah. Sobald werde dir versorgt sein. Schon gut, kommst du mal an deine Tür. Ich hab Angst, wenn ich zu lange weg bin von meinen Feldern, dass ich jetzt zu viel kaputt gehe. Du schierst alles 10, 10, 10. Ja, ne, 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 ne. Wo bist du? Und da. Dankeschön. Braugst du irgendwelche Lampen, oder? Da sprechen wir drüber, wenn ich mit meinem Architekten gesprochen habe. Ich werde bestimmt da auf dich zurückkommen, bin ich mir sicher. Perfekt. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle an dem Achievement verstanden, was ihr gerade getan habt. Ja, sicher doch. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Aber ist egal. Also ne, kannst du es mir erklären eigentlich. Weil ich hab's nicht gesehen. Na, ich hab grad das Achievement Return to Sender gekriegt. Und Return to Sender ist... Ah, das weiß ich. Dann weiß ich. Ja. Du hast ein Gast in die Nase gehauen. Ja, genau. Oh man, ich hab schon wieder keine... Deswegen hab ich mich jetzt gefreut, weil jetzt hab ich nämlich endlich den verdammten Gast loskrieg. Und wenn ich gegen den enemy da jetzt... Jetzt hab ich wieder das... Daher... Komm, hier jetzt nur 101010, äh, zieht's raus. Genau, wenn du die Crops dahin baust. Äh, keine Ahnung wie du's machst. Ja, ich zeig dir das jetzt gleich. Moment, ich boh, was zu essen eben? Ich hab nur Ahnung von dem Scheiß. Ich brauch auch genug zum Essen. Komm, 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 komm. Moment. Wie gesagt, ich muss hier mal... Ich hab schon einen Neta Fortress. Das sind riesige Lavaseen, aber irgendwie Kaneta Fortress. Gehen wir noch weiter drüber. Läuft. Oh, ich wollte nicht die Goldbench bringen. Ah, apropos Lava. Die hab ja 7 Kübel irgendwo. Bucket? Bucket, wo bist du? So, hier ist gar nicht... Ja, haha. Nimm mal an, nur schnell... ...Kübel mit. Alles. Aber auch schon wieder. Unkraut, die Schweine, ey. Das kannst nur du sagen. Das ist kein Unkraut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ganz und gerade. Also, ich war's in der Nähe, da ist echt gefährlich, wenn man nur minimale Blocklags hat, weil ich war einfach in die Lava geflogen. Das ist ziemlich gefährlich, ja. Ja. Warte mal. Äh, ich brauch' ein bisschen Salz. Da, es geht. Auch ein Holz. Ein Holz. Ein Holz. Wenn man das sieht bei mir im Video, dass da hier wieder einfach der Block verschwindet, dann war's dann noch um die Augenstopp. So, pass auf. Also, du musst Sticks machen, ja? Davon kann ich auch welche geben. Ja, wenn du Sticks hast, machst du die in dein Handwerk, 4x4, dann kriegst du Crops. So, und dann baust du jetzt immer neben die fertige Pflanze so zwei Crops hin. Und so doppelt, dass da oben so ein Tee entsteht. Ja. Und dann werden die vervielfältigt. Okay. Wenn du Unkraut hast, musst du es noch mal abbauen, die können aber nicht mehr kaputt gehen. Du brauchst keine Sorge mehr haben hier. Cool. Okay, das musst du einfach mit allen machen, und dann hast du es. Und was ist, wenn ich jetzt hier einfach so raufspringe auf die eine? Wow. Dann geht die kaputt. Eine neue, meinst du? Äh, weiß ich nicht. Ja, guck mal. So. Ja, dann spring doch nicht da rum. Das ist mir aber vorhin aus Versehen passiert. Aber ist nicht schlimm, du kannst ja einfach wieder einpflanzen da mit so einem Crop. Okay. Das ist, äh, ich brauche eine Pickaxe. Problematisch. So, wir müssen jetzt erst gleich mal wieder Croppies machen hier. Croppidi-Doppies. Läuft, das läuft, das läuft. Gib schon. Jawoll, ich habe nur Wuschen. Zweiter Gerst ist tot. Ich muss mir aber trotzdem mal einen Bogen zurück. Brauchst du Gerst jetzt? Na, ich brauche eigentlich Leih, äh... Im Playspawner. Im Playspawner. Warum stößest du dann die ganze Zeit Gerst? Das verstehe ich nicht. Weil die mir angreifen. Weil die gerade mit dem Neta unterwegs bin und die will nicht in die Lava geschossen werden. Oh, da kann ich verstehen. Ja, ich kann das nächste Badezimmer fertig machen. Das nächste Badezimmer fertig machen, das ist gut. Äh, benutzt ihr eigentlich noch diese Automation Miner? Hm, aktuell nein. Ich schon, ja. Lohnt sich das? Ich weiß gerade gar nicht, wo meiner steht. Da ist nirgends... Da ist nirgends... Ah, da. Ah, nirgends... Ah, nirgends... So, jetzt hat er eine Tür geklingelt. Das ist Premium. Ah, der ist gerade gar nicht. Läuft. Ich werfe bei mir auch. Ja. Also es zahlt sich nur Minimal aus. Sag ich jetzt mal. Minimal? Ja. Minimal? Die mal reicht mich nicht. Los, dann machen wir mal ein Lava-Pfütze, äh Pfütze, damit wir das Wort daraus erbringen. Äh, okay, dann muss ich nur so, so. Gier, die mal aus. Was, was wollte denn das? Das war wirklich der Elefant. Kennst du den noch nicht? Die mal? Den Elefant, Elefant. Ich hab nie nur mit der Maus geguckt. Obwohl, ihr kennt die Maus, aber... Den Elefanten, der hat sich klar hier an der Schraube. Nein, das war... Premium. Premium Sound war das. So, jetzt machen wir hier erstmal hier... Party on. Das hat schon wieder geklingelt. Ja, das klingelt doch einfach, meine Güte. Ich glaube, ich muss mal gut zu Tür gehen, und das wird die lustige 51 der Welt. Ein Moment. Bis gleich! Jaa! Werge geht auf Weltreise? Werge geht auf Weltreise? Werge geht auf Weltreise? Butro, kanzlos. Nein. Na. Nein. Jetzt mach' ich mal extra dann eine Stufe hoch, und dann hüpf' ich 1 なu. Schlafenscheid, schlafenscheid, halalalalalalala. Ich habe gerade nicht schlafen, bin gerade beschäftigt. Ich bin im Neta. Ich werde meine komplette Folge im Neta verbringen, weil irgendwie... Muss der irgendwie zu meinem Bett kommen? Veggie ist auch wir da. Woher habe ich das falsch gehört? Ich habe nichts raus. Oh, meine Schwester ist da, aber ich nehme trotzdem zu Ende auf. Hallo! Hallo, meine Schwester. Die traut sich nicht, die hat Schiss. Oh, was geht hier? Was geht hier? Ihr sagt mir keiner Bescheid, dass ich Zombies hier habe. Jetzt ist Veggie durch der Zombies. Danke! Veggie, du hast ja keine Zombies. Ich habe ihn getötet. Miniharsetek. Ich habe ihn getötet. 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 Ich habe jedes Mal das Gleiche. Das ist ein kurzer Blocklegger. Das ist Kaffee. Wo ist die Schwester? Kefelsviertig. Also der Klieber ist echt Lebensretter Annie. Danke für den Schmerz. Der Klieber ist der Hammer. Wie kann ich denn noch ein Klieböse Schwert draufhauen? Wie kann ich denn noch ein Netterquartz draufhauen? Wie war es? Ich werde Netterquartz dafür brauchen, aber... Ja, du fährst da ganz viel Netterquartz für brauchen. Je nachdem, wie viel Moly Fire du noch frei hast. Kaffeesamen, okay. Aber es gibt... Den nennt sich... Werkzeug... Gäste. Ist so ein silberner Block mit ein bisschen Schwarz obendrauf. Tool-Forge. Tool-Station. Tool-Station. Tool-Forge. Da kannst du dein Tool auch reparieren dran. Und da drinnen kannst du da Netterquartz auch ranpacken. Netterquartz... Okay, jetzt hast du nehmen Quartz mit. Da fällt mir gerade eine tolle Folge ein von der Mindcrack-Community, wo die Aurelien unbedingt irgendwas aus Quartz bauen wollte. Und da ist er mit einem Wax Netterquartz Farmen gegangen. Nun, sie sind da für die Nettergange, weil sie nicht wusste, wohin. Und dann Wax hat sie nicht gesagt. Seien sie 40 Minuten irgendwo auf 11 unter der Erde unterwegs gewesen. Und er hätte gesagt, ja, das ist einfach so random ice in der Gegend. Das ist echt fiese. Und dann hat er gesagt, ja, warte, wie das Ding nochmal im Ganzen hast. Der Netterquartz. Ja, warum sucht man noch nicht den Namen entsprechend? Sie hat mich so angemacht. Leider. Leider. Es war Leider witzig zum Zuhaken. Und jetzt ist mein Pickaxe gesehen worden. Weiß ich aber nicht zu -, Leider. Und da räumen mein Hammer mit. Naaa. Es gibt keinen Mabel mehr. Ähhhh. Nein! Verdammt! was hat er in der Kontrolle von mir noch ein bisschen Mabel in die Kisten es ist echt böse man findet einfach kein Neter Fortress dort normalerweise so ich hatte du wüsstest schon ich habe das hat sich so angehört Prozent der Idee an sich wieder inzwischen geht es ist ja ich weiß wo es nicht erwarten die Brüder sind was nicht der Fortress ist das ist nämlich immer unterschiedlich ich brauche ja nur Neter Ward ich brauche kein Fortress ja leider ist es eins zu eins da kann man nicht viel dran ändern du hast doch gesagt du weißt wo wo Neter Wartzen sind ja den gibt es nur im Neter Fortress die spawnen nur da drin ja dann weißt du doch wo Neter Fortress ist das verstehe ich gerade nicht ich auch nicht verstehe den Rade gerade nicht er hat gesagt er weiß wo Neter Wartzen sind aber das ist 1 zu 1 Neter Fortress ich glaube er meint er weiß nur wo die spawnen ja das ist theoretisch jetzt nicht theoretisch praktisch praktisch auch vielleicht okay gut das ist gut ich finde unser Neter echt ziemlich scheiße wenn ich es mal sagen darf war der ja auch gestern mal drin da haben wir Pech finde ich weil der ist nicht wie kann man sagen der ist nicht übersichtlich na der ist ziemlich zartig touristenfreundlich ja touristenfreundlich erst mal gar nicht ja aber das ist der Neter nie das ist so viel kommen das gebe ich nein das möchte ich nicht so bestätigen ich hatte auch schon Neter die waren perfekt da bist du rausgekommen warst direkt auf einer erhöhten Ebene hast Soulcent gesehen hast Neter Wartzen gesehen hast Neter Quarz unter Ende gesehen Kobalt was du so wolltest war super ja wir müssen mal wieder Zombie-Fleisch und alles drum und dran ich frag mich warum bitte die Bäume im Neter verkehrt wachsen die Holben versteh ja nicht ich werde in der Folge niemals wieder retten Neter Fortress Buh Echt jetzt? Ja ich versette das Neter nachher gleich Boah, Eini Alter Vater so, jetzt haben wir natürlich kein Ding dabei was ist mein Marker? Ja, in Marker Setsi ist stimmt ich hätte das verdammte Dolly vom Anime-Mitnamen kennen er das hole ich nächste Mal noch an ich habe wieder eine 101010 ja, wir haben jetzt rot 101010 ja, jetzt kommt eher drum, dass sie äh, jetzt nix dabei habt, dass sie da raufhecken ich habe eh alle Farben schon, fast auch 101010 weiß fehlt noch, und sonst haben wir schon alles 101010 und nimm mal gleich Boim, boim, boim ok, da sieht man schon mal Blazers aber das können wir mal die Koordinaten sagen Gott, das sagen wir doch ganz klein ich suche nämlich oh verdammt, dass dann die wieder einfach Koordinaten sagen, ich bin in ein paar Minuten bei dir ok, minus 500 so viel Zeit müssen sie nicht mehr haben, wahrscheinlich minus 500, 267 und 140 und da ist der Placeboner danke, danke, danke ich muss jetzt mich selber übergießen was haben wir hier? naja, ich bin eh schon im Nether von daher im Nether? im Nether? ich hab kein Taluk Melon und du? ja, nix das ist der Nix der Nix dann weißt du, was du kannst ja, Annie, ich glaube du kannst mir ja, ich bin gerade geröstet worden Annie, kannst du bitte dahin kommen zu minus 523 auf die 60 und 113 ok ich schreib's dir auch noch ok, ich kann da nix schreiben minus 523 auf die 60 und 113 so dass man's nochmal leert und immer noch ein bisschen Holz mit Luke, das brauche ich nicht so weiß haben jetzt da liegt jetzt nämlich alles von mir deswegen war ja das sehr verbunden wenn du da hinkommst wie bist du da so schnell hinkommen? äh, ich war schon in einem Nether ich bin kurz nachts hier reingegangen ah, ok dann warst du also gar nicht so weit weg von mir doch, ich bin in die komplett andere Richtung gelaufen wie heißt du, du hättest in der Zeit tausend Blöcke zurückgelegt? oder was hättest Blöcke zurückgelegt? du brauchst ja wieder zu essen die Folge ist vielleicht schon um, Leute ich sag's euch nur noch ja was willst du tun, wenn ich überziehe? ich werde das heute nicht zulassen äh, weil ich ja wie gesagt gerade Besuch bekommen habe deswegen musst du dich zügeln das heißt, das war's natürlich nicht mal Worte minus 500 ist die Richtung ich hab jetzt natürlich nix zum Essen mit das war eh klar äh, warum tust du sowas? hab ich auch in meinem Ruckzuck nach irgendwas mhm, nein, 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 nein oh, das war knapp ja, ne ich glaub, wir werden noch sterben im Neta weil ich grad einfach gleich am Weg ja danke, lieber Gast boah, das wär fast cool fast schon wieder eine zweite noch geschafft so, liebe Leute, ich fange jetzt schon mal an langsam abzumoderieren sollte euch diese Folge, weil sie total strange, krank und weiß ich nicht was war weil ich bin einfach aufgestanden, rausgegangen mach ich aber jetzt immer einmal die Folge ähm, gefallen hat dann nehmt doch mal einen Daumen nach oben schaut mal beim Rale vorbei beim Annie und sowieso der grad einen vollern geilen Stuntsprung gemacht hat und wenn er dessen überlebt, war das natürlich super aber ich brenne jetzt leider grad zu Tode weil er in Lava gestanden hat und mir hat er gerade in Lava geschmissen er brennt zu Tode also boah bandier kann das nicht sein äh, manche in Rale versucht ja, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren das ist ein bisschen so GZSZ-Cliffhanger das machen wir nicht das geht gar nicht äh, ja, ich sag schon mal tschö tschö was sagt ihr so? ich weiß nicht was ihr sagt ja, ich sag auch haut rein, machts gut schaut uns weiter zu und lasst uns Kommentare da tschö tschö ich bin hier noch auf dem Weg ja, der Annie seht nochmal ein Zeug ich bin hier noch schnell auf dem Weg zum Zeug vom Rale zu kommen ja, ich kann es damit noch auch schon belassen weil ich werde das wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten nicht mehr kriegen das Zeug wenn der Annie noch ankommt dann freie ich mich natürlich sehr aber ich würde natürlich hoffen dass er das in eine Kiste einlegt bei mir gut, ich beende jetzt hier meine Aufnahme was ihr jetzt macht ist mir egal ich bin raus tschö 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 tschö